Von aussen sieht er aus wie ein ganz... Nein, nochmal, sorry. Wie ist ein Yellow Camper? Nein, Pst, Mikro Camper nicht. Zweitens, aus diesem Auto ein Camper umbandeln. Nein, shit. Sie ist etwa 30 Kilo schwer und für ihr... Bläh, ihr... Nein, ich kann immer nochmal. Das ist Bullshit. Ah, da, da! Es ist verdammt steif. Nein, warte. Ah, ich kann mich gleich nicht versammeln. Wir haben gemerkt, dass du etwas Gnast bist, ehrlich gesagt. Ehrlich? Ja. Okay, sorry. Ja, Tami! Komm mal! Let's go!